Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von meinem Kanal. Heute wollte ich euch mal wieder zeigen, wie es privat in meinen Spielständen gerade so abgeht, beziehungsweise zumindest in einem. Letztes Mal, als ich euch meinen Spielstand gezeigt habe, hatte ich ja nur diesen einen privaten Spielstand quasi und jetzt sind es ja mittlerweile zwei, tatsächlich. Denn ich habe privat ja eine Gold Digger Challenge angefangen vor ein paar Monaten und so langsam neigt sich das Ganze dem Ende und ich dachte, ich zeige euch so mein Endgame-Haus und so. Und das hier ist das Haus. Wir sind in Tartosa auf diesem wunderschönen Grundstück. Dieses Haus habe ich mir aus der Galerie geladen, aber komplett unfurnished, also dass ich das halt selber einrichten muss. Und wir fangen einfach mal unten an. Also hier kommt man quasi rein. Dann haben wir hier zum einen einen Durchgang in den Garten auch. Zum anderen ist hier eine riesige Küche mit, ja, hier dem Esszimmer, was auch sehr, sehr schön ist. Und hier ist dann so ein kleiner Abstellraum. Ich wusste nicht, was ich daraus genau machen soll, aber ich dachte so, das ist sehr realistisch. Auf der anderen Seite geht es dann natürlich in den Wohnbereich. So ist hier dann so ein kleiner Hallway, der in einen anderen Hallway reinpasst. Und hier ist dann das Zimmer von dem jüngsten Familienmitglied. Zu den Charakteren selber kommen wir dann gleich noch. Und hier ist dann auch noch ein sehr schönes, relativ großes Badezimmer. Ich könnte da natürlich auch mal eben alle Lichter anmachen. Wenn man hier weitergeht, kommt man dann an diese Abzweigung, wo es dann hier nochmal in einen kleinen Hallway geht, wo wir zum nächsten Zimmer kommen. Im Prada. Ich habe meine Kinder alle nach irgendwelchen Marken benannt, weil ich es witzig fand. Eventuell habe ich mir das Ganze auch von Nina abgeguckt. Gebe ich aber auch offen und ehrlich zu. Dann geht es hier weiter zu Armanis Zimmer, was ich übrigens richtig cool finde. Ich mag halt dieses Farbschema sehr, sehr gerne. Und Armani hat sogar ein En-Suite-Badezimmer. Und ich mag es auch sehr, sehr gerne. So, dann kommen wir hier weiter. Dann ist hier ein relativ großer Bereich, wo einfach nur ein Klavier steht und so ein Spieltisch. Habe ich jetzt nicht viel draus gemacht, weil ich dachte, ich wusste jetzt nicht genau, was ich hier hinstellen soll. Hier vorne ist dann nochmal ein Badezimmer, was quasi für alle zugänglich ist. Und hier vorne kommen wir in das Zimmer von Mercedes. Das ist die zweitälteste Tochter. Der älteste Sohn ist jedoch schon ausgezogen. Deswegen werden wir das Zimmer von ihm natürlich nicht sehen, weil er hier nicht mehr wohnt. Aber ich liebe ihr Zimmer. Ich habe halt viel mit diesen wunderschönen neuen Items aus dem Pastel-Pop-Kit gearbeitet, weil ich die einfach sehr, sehr passend zu ihrem Charakter fand. Und sie hat auch ein En-Suite-Badezimmer. Ein etwas kleineres diesmal. Und hier vorne ist noch eine Tür, die führt zum Zimmer vom Butler. Und ich mag das Schema auch sehr gerne. Ich habe noch nie mit diesen Farben gearbeitet, aber ich finde es ehrlich gesagt ziemlich cool. Also ich mag, wie es letztendlich aussieht. Und dann, wenn wir die Treppen hochgehen, haben wir hier so einen kleinen Party-Raum. Also klein ist gut. Mit einer Bar und einem Tischtennis-Tisch und sowas. Fand ich halt sehr, sehr cool. Und dann, wenn wir hier nochmal reingehen, dann ist hier der Sportraum, wo man halt auch Yoga machen kann und so. Und hier hinten ist dann noch so ein kleiner Durchgangsraum. Nichts Besonderes muss es aber auch nicht sein. Hier ist dann auch noch ein kleiner Balkon, wo man sich halt hinschillen kann. Sieht bei Nacht sehr, sehr schön aus, wenn dann die Lichter leuchten und so. Und hier vorne ist dann das Wohnzimmer mit einem riesengroßen Fernseher, wo auch noch ein kleiner Balkon dran ist, wo man Schach spielen kann. Ich liebe das Wohnzimmer, wenn ich ehrlich bin. Also ich finde es sehr, sehr gemütlich und schön. Wenn man hier durch diesen kleinen Gang noch geht, kommt man in das Hauptschlafzimmer, wo es auch einen Weg nach draußen gibt, wo ein Teleskop ist, wo es dann auch in den Garten noch geht. Aber viel wichtiger ist natürlich das Zimmer selber. Das ist natürlich dann das Schlafzimmer von der Gründerin der Challenge und ihrem aktuellen Mann. Und die haben natürlich auch einen En-Suite-Barthroom mit einem Whirlpool mit drin. Ich liebe es sehr. Dann haben wir natürlich hier im Garten auch noch einige schöne Sachen. Wir haben natürlich einen relativ großen Pool und hier eine Bar und hier ist so ein Platz zum Chillen mit einem Grill. Ich konnte endlich diese wunderschöne Schaukel benutzen. Und hier hinten kann man chillen. Und hier ist noch eine Sauna. Und ich liebe es sehr, sehr, sehr. Ja, und hier immer wieder sind so ein paar Sachen, womit man auch interagieren kann und so auch für die Kinder. Und tatsächlich haben wir auch noch einen Keller. Dort sind aber nur die Uhren von den verstorbenen Männern. Ich denke, den meisten wird Golddigger ein Begriff sein. Also es geht darum, möglichst viel Geld zu bekommen, indem man einfach Männer heiratet und sie danach tötet, um an einen Non-Main zu kommen. Aber wie gesagt, ich bin jetzt im Endgame. Das heißt, meine Gute hat sich jetzt sesshaft gemacht mit dem jetzigen Mann. Das heißt, dieser wird nicht auf irgendwelche komische, tragische Weise sterben. Und das ist die Gute. Das hier ist Nora Dolaris, wie sie gerade Sport macht. Sie ist sehr sportaffin. Also das sieht man wahrscheinlich auch daran, dass sie sehr, sehr viele Muskeln hat. Ja, mit ihr habe ich halt eben angefangen. Also sie ist halt quasi von Null gestartet. Also lebte quasi erst auf der Straße. Und ist jetzt halt eben in dieser riesengroßen Villa gelandet. Auch wenn das Ganze natürlich sehr viel Arbeit war. Zusammen ist sie gerade mit diesem wundervollen Mann, der, auch wenn er reich ist, sehr bescheiden ist. Denn er putzt selber. Das ist Warren Page. Den habe ich sogar hochgeladen in der Sims 4 Galerie, weil ich ihn selber erstellt habe. In der Storyline ist er eben derjenige, der Nora daraus hilft, aus diesem poxischen Selbst auszubrechen. Und eben zu einem besseren Menschen zu werden. Und ja, er liebt sie und die Familie eben richtig. Die beiden sind bisher nur zusammen. Die sind auch quasi gerade erst zusammengezogen. Aber die beiden werden sicherlich noch heiraten. Außer das Spiel sagt so nein. Aber das hoffe ich jetzt einfach mal nicht. Als nächstes haben wir die süße Mercedes. Gucci ist leider schon ausgezogen. Das ist der älteste Sohn eben von Nora. Gucci hat tatsächlich blaue Haut, weil sein Vater ein Alien war. Aber selber hat er keine Alienkräfte vererbt bekommen. Gucci ist eben schon relativ schnell ausgezogen. Er ist gerade Student, studiert irgendwas Marktwirtschaft oder so einen Scheiß. Und hier ist die gute Mercedes, die tatsächlich sehr viele Pickel hat, was sehr ungewöhnlich ist. Aber sie ist eine süße Mausi. Sie ist Simfluencerin. Sie hat frühzeitig die Schule abgeschlossen. Und solange sie noch keine junge Erwachsene ist, möchte sie noch zu Hause wohnen. Das dauert noch eine Weile, bis es soweit ist. Aber sie gibt ihr Bestes, dass sie zumindest schon mal in diesem Influencer-Leben zurechtkommt. Und das läuft auch eigentlich ganz gut. Der nächste Sohn ist Prada Dolaris. Dolaris? Dolaris? I don't know. Also ich habe den Namen gegeben, aber meistens sage ich Dolaris. Ich habe jetzt Dolaris gesagt. Ist es egal. Das ist Prada. Er ist ein sehr glücklicher junger Mann, der sogar heute in-game Geburtstag hat. Aber ich wollte das jetzt vorher aufnehmen, weil das dauert sonst hier zu lange mit mir wieder. Weil das Umstyling wieder zehn Jahre dauert und so. Ihr kennt das sicherlich. Ja, also seine Interessen sind halt vor allem auch so seine eigenen Fische und so. Weil er hat ja auch ein Aquarium im Zimmer stehen. Ansonsten gibt er sich halt eben Mühe mit seinem Aussehen. Aber da sind alle in der Familie halt eben so sehr eitel, würde ich mal sagen. Ist aber, denke ich, auch relativ gewöhnlich für eine relativ reiche Familie. Als nächstes haben wir Armani. Ich ziehe ihm mal gerade was anderes an, damit wir ihn auch wirklich in voller Pracht sehen können. Und das ist Armani. Und ich liebe ihn. Er ist so ein hübscher junger Mann. Ehrlich. Ich mag seinen Style sehr gerne. Und ja, er hat jetzt noch nicht so krass die Persönlichkeit tatsächlich. Ich habe mir noch nicht so wirklich denken können, was mit ihm so ist. Seine Tante lebt tatsächlich noch. Vielleicht könnte man da ja noch was einfädeln. Da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. Und zu guter Letzt haben wir das Kind von Väterchen Frost und zwar Coco Chanel. Die übrigens auch Chanel trägt. Als ich das gefunden habe, dachte ich mir nur so, ja, das passt absolut perfekt zu diesem Sim. Sie sieht aus wie eine kleine Prinzessin, weil ich meine Väterchen Frosts Kind passt natürlich dann sehr gut, wenn das so ein kleines Prinzesschen ist. Ich weiß noch nicht genau, ich überlege, ob ich vielleicht später mit ihr weiterspiele. Oder mit dem geplanten Kind, was danach kommt, weil ich plane noch ein Kind zu bekommen mit Warren und Nora. Weil das eben Endgame ist und das nochmal so endgültig sein soll. Dazu muss Mercedes aber natürlich erstmal ausziehen, damit wir genug Platz haben für ein neues Zimmer. Aber Coco Chanel ist halt schon echt eine süße Mausine. Mit der würde ich auch gerne weiterspielen tatsächlich. Deswegen, ich weiß es noch nicht genau. Ich weiß auch noch nicht genau, womit ich dann weiter, also was ich dann weiterspielen will. Also mache ich da dann eine neue Challenge draus, so eine Eingeneration-Challenge. Das ist so ähnlich wie Nina das quasi handhabt mit der Loha-Familie, weil Nina macht das ja so. Also es ist infinitiv, falls es jemand nicht weiß. Hat sie ja angefangen mit Rags for Riches, dann hat sie ja City Life, dann hat sie ja Gold Digger. Und jetzt hat sie ja ihre eigene Challenge, die sie dann ja bald irgendwann startet. Vielleicht mache ich das dann auch so ähnlich, dass man quasi das einfädelt. So Eingeneration-Challenges, die dann halt das Ganze weiterführen. Weil ich möchte auf jeden Fall mit denen, mit der Familie weiterspielen. Weil die sind mir schon doch ans Herz gewachsen, ja. Nicht nur die Legacy-Sims, die ich euch letztes Mal vorgestellt habe. Obwohl das natürlich auch schon ganz schön outdated ist mittlerweile. Da kann ich ja auch irgendwann mal wieder ein Update zudrehen. Zu dem Ganzen habe ich natürlich auch wieder hier so einen wunderschönen Fred gemacht. Mit der ganzen Storyline, die sehr, 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 sehr lange geht. Wenn wir nach ganz oben gehen, sehen wir, dass ich einfach Anfang des Jahres angefangen habe mit dieser Challenge. Könnt ihr euch vorstellen, dass Nora mal so aussah? Sie war einfach ein ganz anderer Sim. So 5. Februar habe ich angefangen mit dem Ganzen. Also ich finde das so krass, das kommt mir auch gar nicht so vor. Aber es ist auch mal schön, so aus diesem alltäglichen Trott rauszukommen. Und nicht nur so diesen einen Save-File zu haben, sondern immer mal wieder so switchen zu können. Weil ich fand das halt sehr, sehr cool. Und wie gesagt, also es macht mir sehr viel Spaß. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze hier endet. Also ich meine, dieses Hauptding ist ja jetzt schon beendet. Ich weiß jetzt ja nur noch nicht, mit wem ich weiterspiele und was für eine Challenge ich denn weiterspiele. Wenn ihr Ideen habt, was ich machen könnte oder ausprobieren könnte, sagt es mir gerne. Ich meine, ich werde dazu leider kein Let's Play machen können, weil wir schon genug Let's Plays am Laufen haben. Und das wisst ihr auch selber. Obwohl die 100 Baby Challenge sich natürlich langsam dem Ende neigt. Aber ich würde da trotzdem... Vielleicht kehren wir dann ja nochmal zurück zu Elaine aus dem Andi-Uni-Let's Play damals. Weil ich vermisse die schon auch ein bisschen. Ich weiß auch noch nicht genau, was wir danach machen werden. Aber das Ganze steht noch in den Sternen, ja. Ich habe zu dem Ganzen natürlich auch wieder so einen Stammbaum gemacht. Und da kann man dann auch sehen, wenn ich hier so drüber habe, wenn ich hier über Gucci gehe zum Beispiel, sieht man auch, wer ist der Vater oder der Mercedes oder bei allen ist das eben so. Und ich habe dann halt immer aufgelistet, ja, wie viel der Mann ist das, wie viel Geld hat er eingebracht, was war so der Job, was sind die Merkmale und wie ist die Person gestorben. Einfach um einen Überblick zu haben, wie viele Männer hatte ich schon und so. Und wie viel Geld hat so wer eingebracht und so. Also am meisten Geld hat, obviously, Väterchen Frost eingebracht, also Clemens. Weil das ist halt einfach einer der reichsten Sims in diesem Game so. Und es hat halt einfach sehr gut gepasst mit Weihnachten und so. Ja, und das war halt im Großen und Ganzen schon alles tatsächlich, was ich hier zu dem sagen kann. Wenn euch noch irgendwie bestimmte Details interessieren, könnt ihr natürlich gerne den Thread anschauen. Ich habe den mal in der Beschreibung verlinkt. Am Ende, sobald ich quasi da die nächste Challenge anfange, privat, werde ich auch den Link zu dem Stammbaum verlinken dann. Zumindest dann auf Twitter. Ich glaube nicht, dass ich mich dann an dieses Video erinnere und das daran verlinke. Weil ich möchte das dann frei zugänglich haben, weil das dann ja auch beendet ist eben. Und dann werde ich dann eben einen neuen Stammbaum eröffnen dafür. Vielleicht mache ich ja auch was Längerfristiges. Ich weiß es noch nicht. Also, ob ich dann so zum Beispiel Not So Barry oder Disney Legacy oder so einen Scheiß daraus mache. I don't know. Wir schauen einfach mal. Es steht noch alles in den Sternen, sage ich. Und wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, die ihr nicht mit dem Thread oder so beantworten könnt, schreibt sie mir in die Kommentare. Ich werde euch auf jeden Fall antworten. Aber wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was ich mal ausprobieren könnte, schreibt sie mir auch gerne. Darüber freue ich mich auch sehr. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und Tschüss!